Dieses Spiel sorgt wirklich dafür, dass jede einzelne Nervenzelle, die ich besitze, freiwillig den Geist aufgibt und einfach nicht mehr will, dass ich existiere. Ich kann das alles nicht beschreiben, dieser Schmerz durch dieses Spiel ist so riesig. Und damit kommt zu einem neuen Video und heute. Ja, das waren noch meine restlichen Aufnahmen von der Beta, deswegen kommt das Video auch heute. Ähm, ja, also irgendwie zwei Tage zu spät. Dazu haben wir in dem Video jetzt wirklich geile Streaks. Oh, diese eine Runde, ich will sie zurück. Und, was ihr auch erwarten könnt, und darauf freue ich mich echt am meisten, mein Ausraster. Nein, das ist wirklich mein Ernst, die waren einfach nicht schlimm. So, ja, gestern haben wir sie leider nicht erreicht, Jungs, aber heute ist die Endbombe drin, glaube ich. Weil ich einfach hart auf die Fresse kriege und verwele, ist so eine Dreckendrick. Ja. Einer hat doch die Endbombe erreicht, oder nicht? Jungs, Biele, Bafsache. Was heißt das? Ach, Digga, ich brauche meine Brille, Alter, ich sehe ja einen Scheiß hier. Ui! Hey, how? Why don't you see? Moin, Iron. Alter, Iron hat gecampt, Iron hat gecampt, Iron hat gecampt, Iron hat gecampt. Nein, ey, man muss es so sagen. Favela, Favela. Nein, bitte nicht. Buran und Asuka Tarnus in der Lobby. Ich kann das alles nicht mehr. Och man, ey. Egal, ich werde jetzt einfach 20 Tode fressen. Ja, du bist noch nicht eingespielt. So frisch aus dem Leben, Digga. Ach, oben auf den Röhren, Alter. Bist du oben in der Mitte? Nee. Kann ich sagen, ey. Ach, schlecht, Digga. Mein Ausraster. Nein, das ist wirklich mein Ernst. Die waren einfach nur schlimm. Und bei mir ist irgendjemand. Obi-Wan, Moskito. Nein, ach man. Nein, das ist wirklich mein Ernst. Die waren einfach nur schlimm. Nein, ach man. See you, my friend, now. Oh, jetzt zieht sie hier rechts. Nein, ach man. Warum? Hat mich gefickt. Show me your loot. Show me your loot. Nee, bei mir war es Cockborn. Ja. Ja. Mann. Ungefähr genauso wie ein COD. Da ist einer, Henrik. Da ist einer. Da ist einer. Wo? Mann. Och, ich sehe wieder nichts, Digga. Ich werde in real life hier geflasht. Digga, wird das erste Mal eine gute Lobbyzeit. Ja, ich sehe wieder nichts, Digga. Ich bin wieder in real life geflasht. Guck in chat, guck in chat. Ich sehe den Schatt, da steht nur ein Kill von dir. Hinter dir. Ja, weil du stealst. Wie? Aber hast du einen Schatt. Warum sagst du das denn solch einen Moment, Digga? Hilfe. Stopp mich nicht. Oh Mann, es ist kein Turn-on, weil es nicht der Spieler war, Digga, der mich angeschossen hat. Push, push. Ist das hinter dir? Nein. Nein. Wirklich, ich kriege den Schotter in die Hand. Sorry, 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 sorry. Das ist so geil, gerade. Er hat Bock. Ja, fang ehrlich. Ah. Ist okay. Nein. Bitte nicht. Hä? Was passiert hier? Nein, noch 15, oh Digga. Ach, Mensch. Das ist so geil. Komm. Oh, ja. Es ist Bluten, oder? Ja. Nein, Digga. Ich war doch hier 14er oder so. Wahrscheinlich nicht, aber es hat sich angefühlt. Nein. Hinter Vorwein. Was? Wer war 15? Juggernaut. Du, Juggernaut. Du, Juggernaut. Wie? Das zählt doch 3? Ja, aber nicht zu Killstreak. Schöne Runde. 27, 20 Kills. Guck dir dieses Skull an. Schön. Ja, geht. Leck mein Ei ist jetzt in der Lobby und Code-Nascher. Leck mein Ei. Bin da, in da, Digga. Ich bin mir einfach die AK. Hallo? Legende. Ja, das sieht schön aus, das Spiel, ne? Papa. Mal sehen wir auch so. 3, 2, 1. Oh, oh. Ach, das ist Schorli. Moin Schorli World, Digga. Na. Boah, jeder ganze Zeit ist verschwitzt, Digga. Äh, nicht du, nicht du, nicht du. Aber ich meine, ich war gerade auch mal. Mein Schiff. Hinter mir, hallo. Wer ist denn da der grüne Feier? Digga, hast du mal Akate, Digga? Hast du keine Augen am Kopf? Ne, den hole ich mehr. Wer von euch ist das? Ja, komm. Na, ich seh's doch. Schorli World, natürlich. Wenn wir uns von hinten kommen, kann's natürlich nur Schorli World sein. Entweckte Lust, du, dass du's von hinten magst. Moin Schorli World, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Das war gerade ein richtiger Aquarium-Brennt-Moment. Oh. Bing, bong, der Eiermann ist da. Ich hab immer hier hell gelitscht. Ich bin da, in da, du. Ja, ja, echt. Also, Alter, Alter. Wie scheiße kann man sein? Fing dich. Oh, fuck. Sorry. Ach, egal. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows, as your heart grows, only time. Time. Tum, 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 tum. Die Weim! Ich hab's nicht gesehen. Ich bin, ich, ich dachte, die ist unten. Um die Ecke, holt mich einfach um die Ecke. Der, 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 der. So auch noch geholt werden? Oh mein Gott. Nein. Nein, er, er, er nimmt die Ruhe zu seines Lebens. Er geht einmal herum, Digga. Er hat irgendwie Kriegsführung bei den Römern gelernt oder so. Ich kann das nicht mehr. Digga. Er hat mich... 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 Mach's selber. Ach du Scheiße. Von drei Leuten... Oh, ich kann auch... Ich muss hier gerade einfach... Ich will mindestens jetzt einmal eine Streak erreichen, Digga. Nein, ich war... Digga, scheiß auf, Digga. Ich sag nie wieder was. Nein. Es ging ganz schnell wieder vorbei. Bitte, 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 bitte. Komm jetzt noch. Ich drehe mich um, er kommt noch. Ja, ja. Nee, 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 nee. Das will ich sehen. Also ich weiß auch wirklich nicht, wen die versuchen mit SBM zu beschützen, Digga. Weißt du, das Ding ist halt auch... Was bringt SBM, wenn Noobs gegen andere Noobs kämpfen und trotzdem kein Spaß haben? Sie werden nicht komplett zerstört, aber Peter hat's natürlich recht. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe. Früher wollte man halt besser werden und heutzutage irgendwie nicht mehr ist. Na klar. Ich treffe wieder nicht. Ich muss mich mal ganz kurz hier einspielen, Digga. Oh. Der hat keine berechtigten... Ja, nein, nein, nein. Ich bin so... Ich bin so... Hey, ich hab fünf. Nein. Man kann mal jetzt pushen. Ja. Hä? Was passiert? Ich guck ja auch gerade nebenbei. Guck. Ja, Beate. Mit alle. Und jetzt ist hinter mir einer. Was soll ich denn tun? 0, 5, 11, 22. Ich wurde penetriert. Also seitdem ihr seid wirklich top 0,01%. Es geht... Weil ich immer... Peter, ich geb mich nicht zufrieden mit nem fucking fast Positiv. 29, das ist schon scheiße, Peter. Musst du wirklich sagen. Hä? Verstehe ich das gerade richtig? Hab ich ihn nicht gesehen? Bin ich ble... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Tromix gleich... Äh, kleiner. Ja, wer wohl? Schnell. Circuit Kette first. Nee. Ja. Useful friend. Ja, ist besser. Ja, ist besser. Muss ich halt so krank. Wenn man da Season neu... Äh, äh, nicht spielt, dann ist so... Ist man irgendwie Level 1, ne? Ist es das? Nein, äh, Bastard, steht mir wieder in K. Bastard, steht mir in K. Was, ihr Maus? Boah, Digga, der Asylant, der wurde so aus dem Leben genommen, ne? Das ist auf jeden Fall mein erstes Beta-Wochenende. Da, da, zum zweiten muss ich, glaube ich, nichts zeigen. Also, das, da, das ist einfach wirklich nur schlimm. Vielleicht mache ich noch ein Video mal schauen. Und mein Fazit zu dem Spiel ist halt einfach wirklich nicht gut, was sie geleistet haben. Das ist halt, ist halt echt nicht so nice. Aber, wie gesagt, wir werden diese Woche auf jeden Fall ein paar Videos kriegen. Ihr werdet heute noch ein Video kriegen. Morgen noch ein Video. Ich sag heute, Digga. Ihr werdet morgen eins kriegen. Und vielleicht auch noch Donnerstag. Ich will auf jeden Fall noch das Peg-Opening machen. Was ich jetzt irgendwie schon seit Anfang von FIFA, also fast drei Wochen, verspreche. Aber wie auch immer, ciao mit. Au. Stink, di, di. Stink, di, di.